Hey, Kleiner, wie heißt du? Äh, Mokta, aber alle Welt nennt mich Momo. Können Sie Pétan spielen, Monsieur Momo? Das ist aber schwierig, ja? Schwanz ab, wenn er das schafft. Was ist denn das für eine Krummetur? Das passiert immer, wenn man nachdenkt. Da hätten wir es wieder, dein verfluchtes Pool. Hört das nie auf. Ich bin da an einem großen Coup d'Reich. Ich kenne ein Riesengeschäft, Jackie? Tun Sie die Beine weh? Von vielen Klinken putzen? Ich will im Juni einen internationalen Pétan-Wettkampf organisieren. Ein bisschen. Das ist ja der große Coup d'Reich, weil kein Champion mehr werden. Ein paar Details ran, unterbrechen Sie mich. Ich bringe Ihre Lieferung. Danke. Hier, probieren Sie. Hat meine Mutter zubereitet. Klebt ein bisschen. Naja, wie alle Mütter. Nein, das Couscous. Was ich dir jetzt beibringen werde, wissen bloß drei, vier Typen in ganz Frankreich. Der Nächste. Oh, Couscous. Unser Freund mag ja aus Nordafrika kommen, aber das ist kein Grund. Und ihn einfach Couscous zu nennen. Wer ist dafür, dass wir ihn nehmen? Und wie ist das neue Leben, Nocta? Der Ruhm, das Blitzlicht und all das? Was hat denn unser kleiner Promi? Braucht ihr jetzt Journalisten und goldenen Sand, um Pool zu spielen? Vergesst mich! Sie sind kein Franzose. Sie sind illegal hier. Nur Mora ist da. Das ist das Beste für alle. Ich komme wegen Muno. Das ist nicht mein Problem. Sehr freundlich. Echt toll zu sehen, wie viel Freundschaft Ihnen bedeutet. Wie heißen Sie, mein Freund? Mokta ist mein Name. Aber alle werden nicht irgendwo. Nein, Monsieur, ich denke, Sie stehen in der falschen Schlange. Es ist auf der Seite. Nein, Einbürgerung, da steht's doch. Ich möchte Algerier werden. Hä? Untertitelung. BR 2018